Guten Tag, mein Name ist Armin Schmack. Ich bin der Hornlehrer an der Musikschule Koblenz. Die Musikschule Koblenz bietet Hornunterricht für Kinder und Jugendliche ab acht Jahren an. Als Klangbeispiel hören Sie jetzt ein Duett von Franz Schubert, die Forelle, mit Ida Kreuz, meiner Schülerin am ersten Horn. Ida Kreuz ist neun Jahre alt und spielt seit eineinhalb Jahren Horn. Ida Kreuz ist neun Jahre alt. 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 Untertitelung des ZDF, 2020